Karl Marx hat am 5. Mai 1818 geboren und hat am 14. März 1883 gestorben. Er hat sechs Kinder gehabt und er ist auch vor Kommunismus einstehen. In 1848 hat er das Kommunitisches Manifest geschrieben. Es beschreibt die Ideen von Marx zum Beispiel Gesellschaft und Politik. Er glaubte, dass alle Menschen sind gleich. Diese Ideen fetschten die Idee von einer Mittelklasse an. Viele Studenten studieren Marx bis heute. Er ist ein echt Deutscher. Hallo. Ich heiße Karl Marx. Ich hasse Kapitalismus. Ich habe in 1818 geboren und ich will heute sterben. Ich bin der Worte von Marxism. Ich komme aus Trier, Deutschland und ich bin ein Rechtenwald und Philosoph. Ich habe meine berühmte Broschüre, das Kommunismusmanifesto in 1818 geschrieben. Ich glaube, dass wir leben in einer Gesellschaft, in denen Bourgeoisie oder Wohlhabende kontrollieren, die Proletariat oder die Arbeiterklasse. Ich glaube auch der Kapitalismus ist zu scheitern verurteilt. Ich werde verbunden für diesen Glauben. Ich habe eine Orientierung. Ich bin der Worte von Marx und ich bin der Worte von Marx. Havsasli, Ben Shapiro, Zoe Gubraus, Drew Klaerbaut. So here are the three rules. You want to be rich in America, you want to do well in America, you want to put aside the whining about the system. Again, you point out to me an individual instance of racism, I will stand next to you and fight it. But if you want to whine about America, no good. Okay, here are the... Ben Shapiro. Three rules that you need to fulfill as a person before you can start complaining about your life failures being the result of somebody else's actions. Number one, you need to finish high school. Number two, you need to get married before you have babies. Number three, you need to get a job. That's it. You do those things, you will not be permanently poor in the United States of America. Stop worrying so much about your feelings and start worrying a little more about being a good person.